Bei der Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin, ein königliches Willkommen. Mach Platz. Marath, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Äh... Ist das eine Statue von mir? Das ist neu. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Ich warte hier, bis du dich umgesehen hast. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich... ...die kriege ich niemals da raus. Was? Übertragung. Was ist so? Nein, das macht er nicht. Er kann nicht. Etwas wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Ok. Ich muss noch ein paar Zeit machen. Okay. Gut. Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Ich sollte den Kran ranziehen können. Na also. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Jetzt sollte ich da hochkommen. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silenz mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin er es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Was kann's denn da machen, sich? Wie kann sie sich das wohl erklären? Da ist der Knoten. Da ist der Knoten. Das ist der Knoten. Na Eloy, du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das sie entweckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nachdem du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Eloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja, tja, mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich habe keine Wahl. Ich sollte Wahl und Marat sagen, was ich gefunden habe. Du bist reingegangen, er veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im Verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ah. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt, und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Erwart einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah. Der Sonnenkönig. Eiloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen, wie der Streiterin jetzt für ein Speer? Bitte? Itamen, sei still. Es stimmt. Wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser, lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthed. Vanascha. Schnell. Geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein. Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ich muss die Master-Überbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Sieht wie ein Denkmal aus. Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Maschinen-Kadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Wir wurden fast überrannt von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Aber wir setzten uns durch. Königswitwe Lassadi. Ich bin die gesegnete Streiterin. Ithamen, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin. Für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall. Und für die Verteidigung der Heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Ithamen. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Ithamen? Ich, ja. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Der mir eine Ehre. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkieferstreiterin! Ein Teil des Todbringers, den ich besiegt habe. Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet. Aber jetzt ist sie nur noch Schrott. Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Besten. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne. Die Tenakt? Tja, vielleicht hat Merath es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandschaft wird bald dorthin aufbrechen. Ithamin wird glücklich. Du hast dir noch Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Er wächst zu einem guten Mann heran. Der er auch sein muss, wenn er die Krone haben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Merath versucht schon dauernd, mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, dass diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig drauf sitzen, wenn Ithamin alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Bei dir klingt das so einfach. Was macht die Gesandschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders, nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichtstoren. Wir geben ihm Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verscharf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein. Nicht in diesem Fall. Verscharf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der West-Expedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinovasande gefangen genommen und ist bis heute nicht zurück. Wenn du sagst, Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja. Mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Oseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Wie hast du es geschafft, dass die Tenakt jetzt wieder mit euch reden? So wie ich es bei dir geschafft habe. Mit Geschenken. Die Tenakt mögen Kopfschmuck? Eher Metall, Gewürze und Relikte, die unsere Kriegsbeute waren. Wir trafen uns öfter mit ihnen und die Geschenke lockerten die Spannung. Aber die jetzige Gesandtschaft ist die wichtigste. Es gibt ein deutliches Zeichen der Tenakt, dass sie langfristig Frieden wollen. Dein Cousin, fahr scharf. Wie lange ist er schon gefangener, der Tenakt? Fünf Jahre. Tenakt' Gesandte schwören, dass es ihm gut geht, aber ich weiß nicht. Der Stamm ist berüchtigt für seine Brutalität. Wie hat er überlebt? Tja, das werde ich bald wissen. Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn in Meridian erwarte. Wo er hingehört. Wenn ich ihn sehe, mach ich's. Ich, ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. und dann die Situation erfordert eine umfassendere Betrachtung. Die kommende Bedrohung gefährdet nicht nur Meridian, sondern auch viele andere Orte. Viele unschuldige Menschen. Was zwischen uns passiert, ist nicht wichtig. Zumindest noch nicht. Du hast recht. Ich benehme mich wie ein Narr. Es sollte der König sein, der die Dinge umfassend betrachtet. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Ich wünsche dir viel Erfolg. Leb wohl, Eloi. Unsere Hoffnungen begleiten dich. da, eine Werkbank. Uthed, Vanascha, danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanascha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanascha? Ich kümmere mich um Nassadi und Itamen. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Du als Kindermädchen, seltsam. Itamen hat es gut. Moment mal. Ich bin nicht völlig zahm geworden. Nassadi war die Frau des verrückten Sonnenkönigs. Sie hat Feinde. Ich musste einige Anschläge verhindern. Klar. Gib's bloß nicht zu. Aber innen drin bist du weich wie ein Seidenkissen. Oh, du hast keine Ahnung. Hä? Oh je. Äh, wir waren gerade bei Itamen? Ja. Okay, ich geb's zu. Itamen ist süß. Lustig. Und er bewundert mich. Ich mag ihn. Außer wenn er vergisst, sich die Hände zu waschen, nachdem er im Garten hinter dem Solarium Würmer gesucht hat. Ich war seit Monaten nicht im Sonnenfall. Was wurde aus den Schatten, Kaja? Ha. Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Awad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten. Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Awad wollte, dass Uthed die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knudels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben. Hier in Meridian. Völliger Quatsch, natürlich. Also, ich weiß, ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Ich bin ruhig geworden. Ich bin ruhig KadSorry. throwing zum Riegerin. Wie bitte mach jetzt. Ich bin ruhig geworden. Ich bin ruhig geworden. Ich bin ruhig geworden. Und mieido,